So meine Lieben, in diesem Video geht es um die Frage, wie kann ich endlich gesunde Partner matchen und insbesondere Partner, die auch bei mir bleiben, also Beziehungen, die länger halten und nicht gleich wieder zerbrechen. Ich habe eine E-Mail bekommen, die ich vorlesen und beantworten möchte, in der es um einen jungen Mann mit Persönlichkeitsstörung geht, der immer und immer wieder mit Frauen datet, die ihn dann, sobald es ernst wird, wieder verlassen. Ich werde die E-Mail vorlesen und gleich etwas dazu sagen und wir schauen mal, was sich daraus machen lässt. Und zwar wurde mir geschrieben, ich bin männlich und Anfang 30, hatte noch nie eine richtige Beziehung. Ich treffe bzw. matche, wie du es so oft in deinen Videos erwähnst, Frauen, die nicht beziehungsfähig sind. Ich selber habe eine Persönlichkeitsstörung und Depression. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine tolle Beziehung. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch schon gleich einhaken, denn es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir mehr in unserem Leben haben müssen, als nur der Wunsch nach einer Beziehung. Denn wenn wir nichts weiter haben, als der Drang, mit einem Partner zusammenzuleben, also praktisch kein eigenes Leben haben, ja, uns nur auf einen anderen fokussieren, praktisch unser Leben, ja, stellvertretend mit einem anderen Leben oder sogar durch einen anderen Leben wollen, dann haben wir das Problem, dass wir selber nichts haben, was wir in die Waagschale unserer Beziehung mit einbringen können. Und somit sind alle Beziehungen, die unter diesen Voraussetzungen entstehen, natürlich immer sehr brüchig, weil sie innen hohl sind, sie haben keine Substanz, nichts auf das man bauen kann. Wenn der eine sein Leben nur über den Partner definiert, wir stellen uns aber vor, der Partner machte das Gleiche, so sehen wir, dass wir überhaupt keine Substanz haben, eine völlig magersüchtige Beziehung. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir selber ein Leben haben, das aus viel mehr Bausteinen, mehr Puzzleteilen besteht, als nur die Liebesbeziehung. Und zum anderen brauchen wir natürlich auch höher stehende Ideale, egal was das ist, ob es jetzt politische Dinge sind oder was auch immer, ja, die auch noch höher stehen als diese Liebesbeziehung. Das ist tatsächlich so, denn das hilft auch den beiden Partnern in einer Beziehung, sich gemeinsam auf irgendetwas anderes zu fokussieren und an einem Strang zu ziehen. Denn sonst haben wir ja nur zwei Leute, die aneinanderziehen. Und das ist ganz klar, dass das kein gutes Konzept für eine funktionierende Beziehung ist. Weiter wurde mir geschrieben, bei mir ist es immer so, dass sich mein Gegenpart zurückzieht, sobald auch nur ansatzweise eine emotionale Bindung entsteht. Es ist schwer zu erklären, aber sobald eine körperliche Nähe aufgebaut wird und das muss nicht zwanghaft Geschlechtsverkehr sein, es reicht schon stundenlanges Kusseln und Küssen. Es folgen Komplimente und Liebesgeständnisse, aber danach werde ich dann meistens geghostet oder eiskalt abserviert. Okay, dazu möchte ich sagen, dass man auf gar keinen Fall körperliche Nähe mit einer tatsächlichen emotionalen Bindung verwechseln darf. Eventuell wäre es deshalb ratsam, einmal nicht so schnell körperlich zu werden, sondern die Sache einmal ganz langsam anzugehen. Also erst einmal eine tatsächliche tiefgreifende Bindung herzustellen und das Körperliche mal ein bisschen aufzuschieben. Ja, wir werden auch gleich sehen, dass der E-Mail-Verfasser, dass du auch sehr, sehr überstürzt bist und da eventuell die Grenzen des anderen sehr, sehr ausdehnst, beziehungsweise doch sehr viel Zugriff nimmst, ja, ihn doch eventuell sehr bedrängst. Und das wird im Endeffekt immer dazu führen, dass der andere dann irgendwann Abstand nimmt. Denn du hast mir außerdem geschrieben, dass du eine Frau in einer Tagesklinik kennengelernt hast, welche dir schon bei einem vorherigen Aufenthalt in einer Akutklinik aufgefallen sei. Gut, da muss ich natürlich sagen, dass auch wenn Liebe natürlich Grenzen überwindet, ja, und das wahre Liebe immer bedeutet, auch in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten, dass natürlich eine Tagesklinik oder sogar eine Akutklinik nicht unbedingt der beste Ort ist für, ja, zwangloses Dating. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben nun einmal in Tageskliniken und in Akutkliniken Menschen, die schon vorbelastet sind. Und somit ist da natürlich auch nicht die Auswahl gegeben, jetzt wirklich einen Menschen zu finden, der selber gesund wäre, ja. Und wenn man krank ist, insbesondere wenn beide Partner krank sind und meistens ist es halt nun mal so, dass sich zwei Kranke finden, ja, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass die Beziehung auch gelingt. Also, auch wenn ich natürlich weiß, dass Liebe nur dann wirkliche Liebe ist, wenn sie auch Grenzen und Hindernisse überwindet, ist eine Tagesklinik und insbesondere eine Akutklinik nicht der geeignete Ort oder ich sage einmal zumindestens nicht der beste, an dem man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ja, stabile Partner findet. Weiter hast du mir geschrieben, Wir unternahmen auch etwas mit einem gemeinsamen Freund aus der Tagesklinik und ich fragte sie, ob wir etwas an dem darauffolgenden Wochenende zusammen machen wollen. Sie entgegnete mir, dass sie verplant sei. Wir verbrachten dann noch ein paar Stunden und unser gemeinsamer Freund verließ die Szenerie. Wir kamen uns etwas näher und als ich sie küssen wollte, entgegnete sie, nein. Ich beließ es dabei und kuschelte nur mit ihr. Später, als wir uns verabschiedeten, fragte ich sie, ob ich ihr einen Abschiedskuss geben darf. Sie war dem nicht abgeneigt und wir küssten uns innig. Okay, an dieser Stelle heißt es wirklich aufmerken. Du hast sie, so wie ich das verstanden habe aus der E-Mail, war das ein und derselbe Tag. Du hast sie schon am Nachmittag gefragt, ob du sie küssen darfst und sie hat gesagt, nein. Nein, trotzdem treibst du das Spiel immer weiter. Du gehst immer weiter und fragst sie dann am Ende des selben Tages, im Grunde am Ende derselben Situation, desselben Treffens, noch einmal das, worauf sie dir schon eine Verneinung gegeben hat. In diesem Fall ist sie dem nicht abgeneigt, schreibst du. Wir müssen aber spekulieren, dass sie sich da eventuell hat breitschlagen lassen, dass sie sich genötigt gefühlt hat, dass du sie, ja, sage ich mal, in eine Ecke fast schon gedrängt hast und sie deswegen einfach ja gesagt hast. Es ist tatsächlich so, dass die Grenzen von Menschen, wenn wir immer davon sprechen, man soll die Grenze eines Menschen respektieren und auch eigene Grenzen haben und so weiter und so fort. Diese Grenzen sind meistens wie aus Gummi, denn wenn es eine feste Mauer wäre, dann hätten wir das Problem der Grenzüberschreitung bzw. des Grenzdurchbruches gar nicht, ja. Die Grenzen von Menschen sind wie aus Gummi und wenn wir da immer und immer wieder gegen gehen und auch eine massive Kraft aufwenden, dann kann man die natürlich ausdehnen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, aber das ist nicht gut. Und wie auch bei richtigem Gummi ist es dann meistens so, dass wenn es zu viel ist oder zu lange diese Grenzüberschreitung stattgefunden hat, das Ganze einem um die Ohren fliegt, ja, es wird immer mehr Dehnung auf diese Grenze des Menschen aufgebaut, bis sie dann halt einfach zurückschlägt und einen zurückwirft. Und das ist dann meistens leider der gefürchtete oder, ja, häufig vorkommende plötzliche, so wahrgenommene plötzliche Kontaktabdruck, das Ghosting, ja, der Cut, der wie aus dem Nichts zu kommen scheint. Es ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass in den meisten Fällen die Sache irgendeine Vorgeschichte hat und das ist meistens das massive, zu starke und zu lang anhaltende Überdehnen des Grenzen eines anderen. Der Gummiband-Effekt kommt hier voll zum Tragen. Er wirft eine dann vollständig zurück. Deswegen heißt es an dieser Stelle, wirklich üben, die Grenzen des anderen zu sehen. Das ist das eine wahrzunehmen und auch zu respektieren. Ich weiß, dass Menschen, die diese Grenzübertretungen machen, meistens, wenn sie die Grenzen tatsächlich sehen würden, sie auch respektieren würden. Deswegen ist es zu einfach zu sagen, ach, da ist einer, der respektiert ja gar keine Grenzen und so weiter und so fort. Nein, es ist meistens so, dass Betroffene Grenzen gar nicht sehen, ja, nicht bewusst sehen. Ja, das ist vielleicht etwas, dass man ja vorbewusst so in sich spürt, okay, da ist jetzt irgendwie, eigentlich gehe ich da so ein bisschen zu weit. Aber das ist nichts, das man wirklich bewusst wahrnimmt. Und deswegen, ja, finden diese ganzen Grenzüberschreitungen, Grenzübertretungen, Grenzverletzungen meistens unbewusst statt. Und deswegen weiß man dann am Ende, wenn die ganze Sache eskaliert, auch gar nicht, was man eigentlich falsch gemacht hat. Ich möchte deswegen wirklich sagen, genau sich bewusst zu machen, dass du als der E-Mail-Verfasser wahrscheinlich jemand bis der Grenzen nicht bewusst wahrnimmt und immer und immer und immer weiter macht, ja, bis die Sache eskaliert. Es gilt wirklich lieber einen Schritt vorher aufzuhören, ganz genau hinzuhören und sich ganz genau zu reflektieren, Was hat der andere gesagt? In deinem Fall hat der andere gesagt, nein. Und nein heißt nein. Nein heißt insbesondere dann nein, wenn man, ich sage es nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, jemand ist, der diese Grenzen nicht wahrnehmen kann. Deshalb wirklich die Sache langsam angehen und lieber einen Schritt zurückgehen oder zumindestens stehen bleiben und nicht noch weiter gehen, wenn man bemerkt, hier ist irgendwie etwas, das abblockt, ja, hier ist irgendwie etwas, das ein Widerstand ist, ja, die Luft wird dünner bzw. es wird stickiger hier, ja, es ist mühsamer voranzukommen. Dann heißt es wirklich stehen zu bleiben und nicht noch weiter zu gehen, nicht noch gegen die Grenzen oder gegen diese Widerstände anzukämpfen. Das ist ein bisschen wie Magnetismus vielleicht, ja, dass man weggedrückt wird, also eine magnetische Kraft drückt einen weg. Man kann sie nicht sehen, aber man kann es spüren. Jetzt wird es schwieriger und da heißt es, in Liebesbeziehungen schlicht und ergreifend stehen zu bleiben und Halt zu machen, denn Liebesbeziehungen sind kein Kampf. Liebesbeziehung heißt nicht, so lange Kraft auf jemanden auszuwirken, bis man ihn endlich hat. Okay, dazu muss ich sagen, dass es allerhöchst wahrscheinlich, wir wissen es natürlich nicht. Ich kann es auch nicht wissen. Ich lese hier eine E-Mail, das ist ganz wichtig und mache mir meine Gedanken zu dem, was du mir geschrieben hast. Das heißt, du interpretierst die Situation auf eine bestimmte Art und Weise, schreibst es auf und ich interpretiere das wiederum. Hoher Unsicherheitsfaktor. Aber ich persönlich gehe doch sehr stark davon aus, dass das eine Idealisierung ist, eine Verklärung der Situation. Denn wir müssen uns das mal vorstellen, es ist eine sehr mächtige Aussage. Jemand ist der Einzige, der mich runterholen kann. Ja, das ist der Einzige, das ist der Tollste und so weiter und so fort. Da muss man wirklich hellhörig werden und sich fragen, ist das nicht eine Idealisierung? Denn so gut kennt ihr euch ja noch gar nicht. Das ist ganz wichtig. Eigentlich seid ihr noch gar nicht in diesem Verhältnis, dass das so sein könnte. Und wenn es doch so ist, muss man sich fragen, wo sind die ganzen anderen Leute im Leben dieser Damen, die du da gedatet hast? Wo sind die denn? Wenn es tatsächlich so ist, dass eure relativ unverbindliche Beziehung, ihr kennt euch halt über die Tagesklinik und ihr kennt euch auch nicht so lange. Wenn das wirklich schon das Allergrößte, das Allertiefste, das Diepeste ist. Was ist mit all den anderen Leuten, mit ihren Freunden, auf die sie sich verlassen kann? Was ist mit ihrer Familie und so weiter und so fort? Wahrscheinlich werden dann diese Leute nicht existieren. Das heißt, dieser Mensch ist relativ alleine, auf sich alleine gestellt und hat niemanden in seinem Leben. Hat also selber scheinbar eine Tendenz, Menschen, ja, nicht, also selber nicht bindungsstabil zu sein. Und das ist eine Sache, die sich dann natürlich wieder auf dich auswirkt, dass, wenn sie schon alleine ist, die Wahrscheinlichkeit natürlich minimiert wird, dass du dann bei ihr sein wirst. Menschen, die immer alleine sind, ja, diese Menschen kann man schlecht kennenlernen, diese Leute kann man schlecht binden. Das ist schlicht und ergreifend nun einmal so. Einen Tag später, schreibst du, schrieb sie mir am Abend, ob sie bei mir schlafen könne, weil angeblich ihr Mitbewohner Stress mache. Ich wollte an dem Abend mehr als nur kuscheln. Sie blockte dies ab, was jedoch nicht schlimm für mich war. Weil für mich war es schon super schön, mit ihr zu kuscheln. Sie schwärmte weiter bei unserem gemeinsamen Freund, dass sie bei mir geschlafen hat. Aber ein weiteres Mal sahen wir uns nie. Ihr ging es angeblich schlecht, als wir uns wie verabredet treffen wollten. Ja, und das ist halt genau das, was ich schon gesagt habe. Menschliche Grenzen sind wie Gummibänder. Man übt dauerhaft zu viel Druck aus und irgendwann ist dann halt der komplette Cut. Ja, Menschen schaffen es nicht immer, für ihre eigenen Grenzen einzustehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen schaffen es aber immer mehr, für ihre eigenen Grenzen einzustehen, je größer der Leidensdruck wird. Deswegen ist es häufig so, dass geringe Grenzverletzungen, ja, ich möchte sagen, nicht toleriert, aber stattfinden, ohne dass es da eine Gegenwehr gibt. Aber wenn man zu viel drückt oder zu lange über einen gewissen Zeitraum diese Grenzen verletzt, dann kann es passieren, dass der Leidensdruck beim anderen zu groß ist und ihm dann der Kragen platzt. Und dann gibt es einen Cut. Ja, es ist auch ganz wichtig. Leute, die sozial unbeholfen sind, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie in gewisser Weise sozial unbeholfen sein wird. Ja, das ist ganz wichtig. Suchen dann auch nicht das klärende Gespräch oder haben dann auch nicht unbedingt die Möglichkeit, das jetzt 100% sauber und geschickt abzuwickeln, da sich aus dieser Sache zu befreien. Ja, sondern das ist dann natürlich auch eine sehr unbeholfene Holzhammer-Methode, die dann, wenn der Leidensdruck groß genug ist, zum Tragen kommt. Und das ist dann zum Beispiel das Ghosting oder halt einfach die dumme Ausrede, wie hier auch ja angewendet wird. In einem späteren WhatsApp-Gespräch, das relativ belanglos war, ignorierte sie mich von einem auf den anderen Moment. Das ist genau das, was ich sage. Ich übte mich eine Weile in Geduld. Ja, das ist, glaube ich, eine falsche Wahrnehmung, denn ich glaube schon zu wissen, wie es gemeint ist. Es ist ein Geduldigsein mit ihr. Ein Geduldigsein mit ihr. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir davon ausgehen können, dass du an diesem Punkt schon aus dem Rennen warst. Das heißt, es ist eine falsche Wahrnehmung, mit ihr geduldig zu sein oder mit der Situation geduldig zu sein. Denn die Wahrheit, auch wenn sie wehtut, ich sage das nicht, um dich als den E-Mail-Verfasser anzugreifen oder zu verletzen, sondern um Klarheit zu schaffen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier die Perspektive einmal drehen, dass wir wirklich verstehen, was hier gespielt wird. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass sie geduldig war mit dir und du sie zu sehr bedrängt hast. Sie war sehr geduldig mit deinen Bedrängungen, auch wenn sie etwas anderes erzählt hat. Natürlich, Leute lassen sich breitschlagen, aber sie hat ihr oft genug Verstehen gegeben, dass sie bestimmte Sachen sich nicht möchte. Sie möchte sich nicht küssen. Sie möchte sich nicht küssen, sie möchte nicht mit dir schlafen und so weiter und so fort. Trotzdem hast du immer wieder weitergemacht. Es kann sein, dass sie sich im Moment, ja, das hat gefallen lassen und auch im Moment gesagt hat, okay, ja, mache ich, ist ja doch ganz nett. Aber du musst auch bedenken, dass sie natürlich irgendwann zu Hause sitzt. Irgendwann ist sie dann zu Hause, die Situation ist vorbei. Und dann wird sie sich in der nachträglichen Reflexion eventuell denken, tja, eigentlich wollte ich den gar nicht küssen, jetzt habe ich es doch gemacht. Und das ärgert sie natürlich auch. Vielleicht ist sie ja darüber verärgert, dass sie dich geküsst hat. Ja, sie, sie, und dann ist natürlich all das, was passiert ist, nicht mit ihr positiv verknüpft. Ich verknüpfe das positiv, wir haben uns geküsst und das fand ich schön, ich möchte ihn wiedersehen. Sondern sie wird eventuell zu Hause sitzen und sich denken, ich ärgere mich darüber, dass wir uns doch geküsst haben. Und das Resultat wird sein, ich möchte ihn nicht mehr wiedersehen. Genau das, was wir hier haben. Deswegen, glaube ich, ist der Begriff Geduld hier der falsche. Ja, er könnte der richtige sein, ja. Aber wenn man ein bisschen tiefer in den Text hineinliest und das ein bisschen vielschichtiger denkt, wird man wahrscheinlich zu dem Resultat kommen können, dass ja Geduld als der Begriff hier nicht richtig gewählt ist. Du hast ausgeharrt, du hartest noch etwas aus. Ja, das ist, glaube ich, ein besserer Begriff. Nach drei Wochen schreibst du weiter. Schrieb sie mir, es tut mir leid, aber ich kriege es nicht auf die Reihe, dir zu antworten. Gut, okay, das ist, man muss es jetzt wie ein Mann nehmen, abserviert. Ich zeigte circa drei Wochen danach noch Geduld. Jedoch schaffte ich es nicht, meine Gefühle im Zaum zu halten, da ich mich unsterblich in sie verliebt hatte. Ich bedrohte sie und nach drei Wochen wiederum meinte sie, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir möchte. Okay, damit ist die Sache eskaliert, ja. Aus der Trennung im Guten ist eine Trennung im Bösen geworden. Ich sage ganz ehrlich, wie es ist, wir sind hier auf diesem Kanal realistisch, so etwas passiert. Aber das ist natürlich auch klar, es sollte nicht passieren. Und ich denke auch, du weißt, dass das scheiße war. Ja, ja, es sollte einfach nicht passieren. So etwas ist sehr unschön. Diese ganze Situation ist vollständig verzockt. Ja, dennoch ist es ganz wichtig zu verstehen. Und da möchte ich jetzt wirklich im Detail nochmal in die Tiefe spüren, dass du sagst, du hast dich unsterblich in sie verliebt, aber sie bedroht. Das ist keine Liebe, ja. Das ist, das ist Sucht, das ist Begierde, das ist Gier nach etwas, ja. Begierde trifft es wahrscheinlich am meisten. Das ist Liebessucht. Aber es ist keine wahre, freie, klare Liebe. Denn jemanden, den man liebt, den bedroht man nicht. Jemanden, den man liebt, von dem tut man alles leid, alles unheil abwenden wollen. Und es würde dir, wenn es wirklich eine Liebe wäre, im Herzen so sehr wehtun, dass auch nur ein Haar dieses Menschen gekrümmt wird. Und da kommst du nicht auf diese Idee, diesen Menschen zu bedrohen. Auch nicht, wenn es gekränkter Stolz ist oder wenn das irgendwie in Hass umschwenken würde. Es würde nicht in Hass umschwenken. Ich möchte dich an dieser Stelle dafür sensibilisieren, dass das, was hier stattfindet und das ist nun mal schlicht und ergreifend, sind schlicht und ergreifend auch die Gewitterwolken, die über deiner ganzen Lebenssituation, über diesen ganzen gecrashten Beziehungen stehen, dass es keine wirkliche freie Liebe ist, sondern es ist eine Form von Begierde, von Brauchen. Schau dir dazu bitte. Ich habe da ein eigenständiges Video. Das kann ich nicht in dieser E-Mail noch alles einmal einzeln ausführen, mein Video an zum Thema Liebessucht und dass Menschen sagen, ich liebe so sehr und keiner erwidert meine Liebe. Ich habe so viel Liebe zu geben und keiner will sie. Das ist ja unerhört, obwohl ja jeder sagt, er möchte Liebe. Das ist Liebessucht, denn der Kern dessen ist es schlicht und ergreifend, dass wir in Wahrheit keine Liebe zu verschenken haben, sondern in Wahrheit ganz viel Liebe nur brauchen. Ja, wir haben eigentlich ganz wenig Liebe in uns selbst und das sehen wir auch hier. Es ist keine Liebe, die du zu verschenken hast. Das sage ich ganz hart. Bitte verzeih mir das, aber wir wollen ja auch wirklich vorankommen mit diesem Video, mit deiner E-Mail. Das ist keine Liebe, die du zu verschenken hast, sondern es ist Begierde. Du möchtest etwas haben. Du möchtest etwas für dich. Du hast keine Liebe zu verschenken, sondern du möchtest die Liebe von anderen Menschen abgreifen. Ganz zum Schluss schreibst du und ich sage es nochmal, schau dir unbedingt das Video, das ich dir hier empfohlen habe, an. Das ist nur eine Geschichte aus meinem Leben. So oder so ähnlich ist es mir bisher ca. 13 Mal in meinem Leben ergangen. Ich wünsche mir jedoch nichts sehnlicher, als dass ich mal meine Liebe einer Frau geben darf. Jedoch steigert sich mit jedem misslungenen Versuch mein Hass auf Frauen und die Menschheit im Allgemeinen. Ja, und das ist dann leider das bittere Ende. Es ist nichts, was ich noch nie gehört hätte. Das ist sogar etwas, das haben sehr viele Männer insbesondere, weil sie sich von Frauen betrogen, verarscht fühlen und so weiter und so fort. Ich möchte aber hier wirklich dafür sensibilisieren, dass es in den meisten Fällen keine miese Tour von den Frauen ist, sondern dass man sehr, sehr häufig Grenzen nicht gesehen hat. Ich meine, wir haben auch in dieser E-Mail, hast du mir mehrere Situationen beschrieben, wo du ein Nein bekommen hast und gleich darauf noch einmal dieselbe Anfrage wiederholst. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein Bedrängen, das ist ein Nötigen. Ja, ich sage das hier ganz offen. Man selber lebt da in so einer Traumwelt. Man träumt sich selber in eine Beziehung hinein und sieht die Realität nicht mehr. Je mehr man zu Hause sitzt, ich bin mir sehr sicher, dass ich recht habe, wenn ich sage, dass du jemand bist, der abends im Bett liegt und dann von deinen Partnern, von den Frauen ganz viel träumst und dich in Gedankenspielereien verlierst und so weiter und so fort. Dadurch wird aber unsere Sicht auf die Realität immer verzerrter. Ja, wir steigern uns rein. Das ist eine Fantasie. Verliebtheit geht auch immer mit einer verzerrten Wahrnehmung der Realität einher. Ja, und so ist es leider, dass viele Männer dann einfach davon ausgehen und sagen, ja, wir hatten ja dies und das. Ach, mit der Frau war das doch alles so und so. Und in Wahrheit hat das gar nicht gestimmt. Ja, die real existierende Beziehung war eine ganz andere. Das war viel nüchterner, was man auch erkennen würde, wenn man selber dann nüchterner wäre, weil man ist im Rausch der Hormone. Deswegen ist es ganz wichtig, sich nicht zu krass da reinzusteigen und vor allen Dingen auch keine, ja, ich möchte mal sagen, toxische Verliebtheit zu haben, wo sich alles nur noch im Leben darum geht, wo man richtig süchtig ist. Ich bin mir sehr sicher, dass du das Gefühl kennst, süchtig zu sein und richtig zu suchten nach dem anderen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und so kommt es dann auch immer zu diesem, zu dem Knall am Ende. Ja, man überdehnt immer weiter, Grenzen sieht Grenzen nicht, nimmt die Realität nicht mehr wahr und im anderen bleibt es dann gar nichts mehr anderes übrig, als einen Cut zu machen. Und es gibt nicht wenige, die sich dann tatsächlich in diesem Hass auf Frauen oder natürlich auch Frauen auf Männer, es gibt es auch nicht selten, oder insbesondere auf die gesamte Menschheit versteigen. Jetzt möchte ich dazu eine Sache sagen. Es ist völlig klar, wenn man erstmal Hass auf Frauen hat oder Hass auf die Menschheit hat oder was auch ich, was auch immer, dann ist die Sache vollständig blockiert. Wo Hass ist, ist keine Liebe. Ja, also wenn irgendjemand erzählt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit, wäre ich sehr vorsichtig. Es gibt auch Dreiecke, ja, und in einem Dreieck, insbesondere wenn es ein gleichschenkliches Dreieck ist, ist sowohl der Hass als auch die Gleichgültigkeit das genaue Gegenteil von Liebe, die genau andere Seite. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt keine Liebe und es gibt auch keine positiven, gelingenden Beziehungen und insbesondere gibt es auch, Ausrufezeichen, 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 kein Matching mit gesunden und bindungsstabilen Partnern, wenn man im Hass ist und alles und jeden hasst. Ganz wichtig, dieser Hass auf die Menschheit, den man da bekommt, ist in etwa mit jemandem zu vergleichen, der vor einem Flipperautomaten steht oder Konsole spielt, ein Videospiel spielt und immer wütender wird, weil er dieses Level nicht schafft und dann fängt er an zu schreien und haut den Controller in die Ecke und bekommt immer mehr einen Hass. Jetzt ist die Frage, wer ist schuld? Wer ist schuld? Ist es angebracht, da wütend zu werden? Wer ist schuld? Das Spiel oder man selber, weil man nicht gut genug gespielt hat und darüber in einen Hass kommt? Ja, man wird sauer auf die Konsole. Ja, man wird sauer auf das Spiel. Aber das ist nicht der wahre Kern. In Wahrheit regt man sich darüber auf, dass man selber es nicht schafft. Und man ist in diesem Fall ein, klingt hart, ist aber so, schlechter Spieler. Ein guter Spieler wird nicht wütend, wenn er ein Level nicht schafft. Das ist so. Und genauso ist das mit dem Partnerschaften. Genauso ist das mit dem Frauen-Game oder mit dem Männer-Game. Wer dieses Spiel spielt und wütend wird, ist ein schlechter Spieler. Das ist nicht die Schuld des Spiels. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, sondern es ist die Schuld von einem selber, weil man das gesunde Maß verloren hat, weil man über sich selber auch nicht mehr lachen kann. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, über sich selber zu lachen, sich selber leicht zu nehmen, das Leben leicht zu nehmen, wenn man in einer existenziellen Sackgasse schon ist, wenn das Leben generell nicht rund läuft. Aber da gilt es halt, an sich zu arbeiten. Da gilt es, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Da gilt es auch, Therapie zu machen. Du machst ja Therapie, was ich immer nur sehr empfehlen kann. Und dafür mache ich ja letztlich auch meine Videos. Ich hoffe, mit diesem Video ein bisschen weiter geholfen zu haben. Ich sage es noch einmal. Du musst wirklich Ziele im Leben haben, Inhalte in deinem eigenen Leben haben, die du in die Beziehung mit einbringen kannst. Sonst ist die Beziehung immer sehr hohlwangig und das ist einfach nicht stabil. Es ist dann einfach nur eine leere Hülle. Der zweite Punkt ist es schlicht und ergreifend, dass man Grenzen akzeptieren muss. Ja, das ist ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist, dass man nicht alles und jeden hassen darf, dass man ein guter Spieler sein muss und dass man auch selber gesund sein muss. Ich habe schon viele, viele Videos hier auf diesem Kanal gemacht, warum man gesund sein muss, wenn man gesunde Partner kennenlernen möchte. Auch dazu verlinke ich nochmal ein Video gleich im Abspann. Das heißt, jetzt gleich im Abspann neben dem Abonnierbutton findet ihr noch zwei relevante Videos, die absolut wichtig und essentiell sind für die Thematik, die wir in diesem Video besprochen haben. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hoffe, dir ein bisschen weitergeholfen zu haben. Ich weiß, meine Worte waren auch ein bisschen hart, aber ich möchte dir ja auch wirklich weiterhelfen. Es gilt hier wirklich einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Ich wünsche dir alles Gute, auch wenn dein Weg eventuell noch ein bisschen länger ist. Du kannst es schaffen, du bist erst 30 und du bist ja dran an der Sache. Und deswegen mach dir nicht zu viel Kopf, sei ein guter Spieler, sei nicht wütend auf das Spiel. Nimm dir mal den Moment Zeit und überlege, ob es nicht angebracht wäre, ein bisschen Selbstdistanz zu haben. Mal auch über sich selber, sich selber nicht so schwer zu nehmen, nicht so wichtig zu nehmen. Wir haben 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Das muss man auch immer bedenken. Und in diesem Sinne, toi toi toi. Ich wünsche dir viel Glück und viel Erfolg. Alles Gute für dich und jeden meiner Zuschauer. Abonniert gerne diesen Kanal, teilt gerne dieses Video und haut rein, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.